Was braucht man mehr? Und die sich selber die Raketen in die Fresse jagt Victor darf er das an Reinhard nehmen Ich wache über dich Ich suche da draußen nicht in die Schusslinie zu lassen Wido, was weiß das? Ey unter dem Exit kann man ja gar kein Spray hinlegen Ey wie schiss Warte Marceli, wie bist du da hochgekommen? Ich glaube wenn du L2 drückst kannst du das noch so ein bisschen sagen Vielleicht hast du es dann Warte doch Ja Zwei Eins Mach die Tür auf Achtung der Äh Die Scharfschützer ist abgehauen Ey die wollte sich umbringen Aufs Reinhard wird bald ganz schnell einer raus raus Viel in Sicht Wieder meiner Positionenstellung Aufs Reinhard Aufs Reinhard Ich brauche erstmal Leben Wo auch Nein Lars, deine Seite bei dir Lars Ich will weg Ich hab Leben gefunden So ein Schwein Neue Leben habe ich noch Ich bräuchte mich kurz Was Wer muss dran Pass auf Wer Okay Warum kannst du dich Warum kannst du dich Warum kannst du dich ne Wand tun Achtung Ne Nein daneben Trouble Nein Ey der Bessel ist down Ich bin auch da Ja Rappier doch endlich du scheiß Mh Gibt's ja irgendwo Leben Ich bin doch Mh Äh Ich hab was gefunden Wo tut's denn dich nicht Aus Auk Ich nehme den Stoich ein Ich benötige Unterstützung Uhhh Ich bin unaufhaltbar Eil euch eins und warum wie viele über katastrophen ja kann ich aber nicht den besten wo sind wir überhaupt und wie viele das ist mein freund ein millimeter der panzer noch kill dienen ich hab den typ eine hafstgranate und fünf bomben an die fresse geballert ich nehme geschützt und sie klaren die ganze ich hab diesen kleinen missgeschritt war auch überall hängt auch von oben so die raketen du sie regt mich auf dankeschön geht doch einfach mal drauf ja ich hab die selten tracer gekillt 800 da drin steht ein geschütz es war halb kaputt aber dann kamen vorbühren wieder wie schnell diese geschütze ein killmann schützt sich in einer sekunde und du bist tot alle die raketen sieben das sind der scheiß das macht viel zu füchern nein Nein! Freundliches Geschütz vernichtet! Vorsicht gegen Verkehr! Du sollst nicht nehmen das Ziel ein! Ich bin bei dir! Hahaha! Scheiße! Hat jemand den Arzt gerufen? Wo ist der verdammte Teleporter? Ich habe Ihren Teleporter ausschnittlich gemacht! Ich weiß nicht ob ich deren Teleporter erwischt habe, aber ich denke nur... Ich denke nicht! Das ist eure gerechte Strafe! Ja, wir sind drin! Ja! Halleluja! Meine Risse! Highlight des Spiels! Das ist die nächste Spiels! Ich weiß nicht, dass du das! Stärk, stärk, stärk! Stärk! Ah! Fehlt bei uns nicht einer? Ja! Mhm! Ach, Daniel hat's doch gekickt! Ehm! Daniel, du bist mein Mann! Also, geh mal raus, oder? Ich habe am Ende noch drei Kills gemacht! Ich habe am Ende noch drei Kills gemacht! Ja! Ich habe am Ende noch drei Kills gemacht!